Alter, das ist nicht ihr Ernst. Alter, ich lese hier gerade so ein Buch, wo halt so eine völlig abstruse Verschwörungstheorie verbreitet wird. Und jetzt pass auf, die Leute in diesem Buch, die glauben, dass... Das ist... Ja, also ich fühle mich schon fast beleidigt als Mensch, dass hier davon ausgegangen wird, dass Menschen echt so dumm und leichtgläubig sind. Das ist der Wahnsinn. Okay, ja, das klingt tatsächlich eigenartig. Von wann ist denn das Buch? Moment. Hm, das ist komisch. Wieso? Das steht 2021. So? Also, in zwei Jahren. Fuck. Du meinst? Also in Kombination mit dem, was du da über das Buch gerade erzählt hast, glaube ich kaum, dass das so spaßig gemeint ist. Alter, ich glaube, da kommt was auf uns zu. Oh, shit. Und tatsächlich, heute, Ende 2021, wirkt das Ganze hier schon deutlich weniger weit hergeholt, als man es gerne hätte. Hi, mein Name ist Tim und ich poste auf diesem YouTube-Kanal eigene Kurzgeschichten und Buchvorstellungen. Und heute geht es mal um das neue Jugendbuch von Ursula Poznanski. Shelter heißt es. Und das ist erst am 13. Oktober diesen Jahres erschienen. Und ich habe es für euch gelesen und stelle es euch heute mal vor. Wie schon kurz angeteast, geht es hier um Verschwörungstheorien. Es geht darum, wie eine Gruppe Jugendlicher nach einer durchzechten Nacht auf die Idee kommt, mal alle leichtläubigen Menschen reinzulegen und eine komplett irrsinnige Theorie quasi aufzustellen, zu verbreiten, dass Aliens die Erde invasiert haben und Menschen einnehmen und so quasi die Erde steuern und das, was auf der Erde passiert, steuern. Und ja, die Menschen glauben das. Zumindest erstaunlich viele, erschreckend viele. Und so wird das Ganze für unsere Protagonisten, Benni und seine Mitbewohner und Freunde, ganz schön brenzlig. Denn plötzlich sind sie im Zielfeuer der sogenannten Shelter, die sie plötzlich angreifen wollen. Warum? Lest dieses Buch. Ich persönlich finde es echt ziemlich cool, dass Ursula Poznanski hier jetzt schon zum zweiten Mal in Folge in einem ihrer Jugendbücher ein hochaktuelles und auch super wichtiges Thema bespricht. Letztes Mal war es ja bei Kryptos noch die Klimakrise, wo es quasi darum ging, wie die Welt existieren kann, wenn das Klimasystem schon kollabiert ist. Und hier geht es jetzt eben um das brandaktuelle Thema Verschwörungstheorien, was ja wirklich hochaktuell ist. Und ich kann es mir wirklich gut vorstellen, wie man 2019 dieses Buch hier noch gelesen hätte und sich wirklich viel darüber lustig gemacht hätte. Heute bleibt einem dieses Lachen allerdings im Halse stecken, weil man einfach genau weiß, dass es genügend Menschen gibt, die jeden Scheiß glauben und dass sich Verschwörungstheorien gerade durchs Internet auch unglaublich leicht verbreiten. Und das macht das Ganze eben hochinteressant und auch wirklich gibt dem Ganzen auch so einen gewissen Grusel. Man möchte die ganze Zeit am liebsten nur lachen, aber man weiß genau, so unrealistisch, wie man es gerne hätte, ist es eigentlich nicht. Das Ganze hier ist ja ein Jugendbuch. Die Figuren, die hier handeln, sind allerdings schon ein bisschen älter als Jugendliche, sage ich mal. Alle schon so Anfang, Mitte 20, im Studierendenalter halt. Wir haben hier auf der einen Seite zum Beispiel Benni, das ist die Hauptfigur. Er möchte zurzeit Theater studieren und hat sich an einer Theaterschule beworben. Das ist gerade so seine aktuelle Situation. Aber wir erfahren schon ganz am Anfang ganz leicht angedeutet, dass es wohl so eine gewisse Hintergrundgeschichte, eine Vorgeschichte von ihm gibt, die nicht ganz so schön scheinbar ist. Aber wir erfahren nur sehr, sehr wenig am Anfang. Aber das macht das Ganze auch spannend. Es gibt dem Ganzen eine Tiefe, aber macht es auch spannend, weiterzulesen, um herauszufinden, was hat es denn eigentlich nur mit seiner Vergangenheit auf sich. Und so haben, finde ich, auch die anderen Figuren alle diese gewisse Tiefe. Sie haben alle eine Persönlichkeit, ihre eigenen Charakterzüge. Es sind nicht nur die Träger der Geschichte. Man hat einfach, wie das für sich halt für so ein Buch gehört, haben sie alle ihre Charakterzüge. Und das finde ich super gut. Nichts anzumeckern, außer, dass die Dialoge hin und wieder vielleicht ein bisschen unauthentisch wirken, meiner Ansicht nach. Beziehungsweise weniger die Dialoge als manchmal die Ausdrucksweise der Figuren. Denn wir erinnern uns, das sind Anfang 20-Jährige. Und manchmal ist einfach, finde ich, die Ausdrucksweise nicht genau passend für dieses Alter. Ich erwarte gar nicht, dass die jetzt hier voll den Jugendslang, Denglisch oder sonst was reden. Bitte nicht. Aber manchmal ist dann doch so, dass sie da irgendwie Wörter oder Formulierungen benutzen, wo ich mir dann denke, das wird jetzt 2021 kein Mensch in diesem Alter so formulieren oder ausdrücken. Ich habe jetzt gerade leider keine Beispiele dafür. Es ist auch nicht die ganze Zeit oder so. Es ist nur ganz vereinzelt so. Deswegen vielleicht ein bisschen meckern auf hohem Niveau. Aber es ist mir aufgefallen und ich dachte, ich erwähne es mal. Das ganze Buch ist durch die Bank weg auf jeden Fall spannend. Wir haben wieder sehr viele Cliffhanger an den Enden der Kapitel vor allem, was es einem sehr schwer macht, an einem Kapitelende aufzuhören, was ich selten gemacht habe. Wenn ich gemerkt habe, jetzt muss ich mal bald aufhören, dann habe ich gedacht, okay, auf keinen Fall darf ich jetzt das Kapitel zu Ende lesen, weil dann kann ich nicht mehr aufhören. Das Ende, das hatte, ohne jetzt zu spoilern, einen ziemlichen Plottwist. Es war gut, sage ich mal. Es war natürlich auch wieder ein bisschen weit hergeholt, wie ich das ganz häufig leider bei so Thrillern das Gefühl habe, wo dann so ein bisschen auf Krampf vielleicht ein Plottwist am Ende gewollt ist. Aber ich mecke jetzt nicht zu sehr, weil das ist fehl am Platz. Es ist eine gute Auflösung. Vielleicht, wenn man zu viel darüber nachdenkt, über die Zusammenhänge mit dem, was davor passiert ist, dann, finde ich, wirkt das ein bisschen übertrieben, weit hergeholt. Aber es wirkt auf jeden Fall gut. Man sitzt da und denkt sich, echt jetzt? Ach, krass, okay. Das hat man absolut null kommen sehen. Also ich habe mir wirklich manchmal gedacht, oh Mann, da hätte ich drauf kommen können. Okay, nein, eigentlich überhaupt nicht. Weil alles, was dieses Ende hat andeuten können, hatte auch eine plausible andere Erklärung. Also man ist wirklich auf alle Tricks reingefallen, hat es nicht kommen sehen. Und das, finde ich, ist auf jeden Fall schon mal das Wichtigste. Weil es ist immer super dämlich, wenn man schon so die Ahnung hat, okay, ich glaube, ich weiß, wie es ausgehen könnte. Und dann passiert es genau so. Das ist hier definitiv nicht der Fall. Zum Fazit von dem neuen Jugendbuch Schelter von Ursula Potznanski kann ich also sagen, das Ende wirkt definitiv nach. Gerade vor allem auch durch diese aktuelle Thematik, Verschwörungstheorien. Wir alle wissen mittlerweile, dass die krass schnell sich verbreiten und dass es einfach viele Menschen gibt, die da sehr leicht darauf reinfallen, sehr anfällig für sind. Und dass das ein sehr großes Problem ist. Und deswegen finde ich, ist auch so ein wichtiges Buch, gerade auch für Jugendliche, gerade für die ist es ja auch wichtig, dann zu lernen, so ein bisschen, wie schnell sich sowas verbreiten kann. Und dass man immer auch gerade im Internet aufpassen muss, was man glaubt, was man vielleicht nicht glaubt. Aber es ist eben auch nicht nur für Jugendliche wichtig. Es ist eigentlich für jeden wichtig. Wir wissen alle genau, dass die Anfälligkeit für Verschwörungstheorien keine Altersgrenze hat oder so. Es ist einfach in Zeiten wie diesen, finde ich, super wichtig, sich bewusst zu machen, dass man nicht jeden Scheiß glauben soll. Und ich denke, ich hoffe einfach mal, dass jedem von euch klar ist. Ich kenne euch ja nicht persönlich, aber dennoch muss ich einfach sagen, dieses Buch ist super für jeden. Auch für Leute, denen das klar ist, die keine Verschwörungstheoretiker sind. Deswegen, lest dieses Buch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen gerne Daumen nach oben da, schreibt es in die Kommentare. Und vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.